Der Knaus Südwind, ein moderner Klassiker mit noch mehr Raumergonomie. Ein abtrennbarer Schlafbereich mit großem Bett und das Bad mit separatem Waschbecken erzeugen im 590 FUS angenehme Wohnlichkeit. Die großzügige Winkelküche und eine große Sitzgruppe im Heck lassen Sie auch mal bequem Gäste empfangen und bewirten. Mit großzügigem Raumgefühl, behaglichem Bett und komfortablem Bad erfüllt der 590 FUS Ihre Ansprüche an Ambiente und Wohnlichkeit für wundervolle Urlaubstage. Angenehme Materialien, die große Sitzgruppe und ein hochwertiger Küchenbereich schaffen eine wohnliche Umgebung für eine schöne Zeit. Im neuen Südwind sind alle Elemente harmonisch aufeinander abgestimmt. Offene Blickachsen und komfortable Innenbeleuchtung. Hier ist Urlaub in reizvoller Umgebung garantiert. Die Ansprüche an komfortables Kochen sollen auch unterwegs nicht zu kurz kommen. Die neue Küche überzeugt mit viel Platz und ansprechendem Design. Erholungsparadies für die Mittags- und Nachtruhe, hier mit zwei bequemen Einzelbetten. Verschiedene Grundrisse bieten angenehmen Schlafraum für groß und klein. Das neue Baddesign glänzt. Das neue Baddesign glänzt. Das neue Baddesign glänzt. Das replicate vierge nombre. Vielen Dank.